Die Businessfragen OG verkauft Waren im Wert von 5000 exklusive Umsatzsteuer an einen Kunden auf Ziel. Dem Kunden werden 3% Mengen Rabatt gewährt. Verbuchen Sie den Geschäftsfall. Um diese Übungsaufgabe zu lösen, können wir wieder auf unsere 4 Schritte zum richtigen Buchungssatz zurückgreifen. Im ersten Schritt müssen wir uns überlegen, welche Konten benötigen wir überhaupt. Schauen wir uns hierfür zuerst einmal die Aufgabenstellung an. Das heißt, wir können hier einmal erkennen, es geht um den Verkauf von Waren. Das heißt, wir brauchen einerseits einmal ein Konto, um den Erlös, also den Umsatz, den wir aus dem Verkauf der Waren generieren, zu verbuchen. Andererseits wissen wir auch, dass der Verkauf von Waren der Umsatzsteuer unterliegt. Und aus diesem Grund benötigen wir auch ein Umsatzsteuerkonto. Und zu guter Letzt erfolgt der Verkauf auf Ziel. Aus diesem Grund schuldet uns der Kunde dann in weiterer Folge noch Geld, weshalb auch hier eine Forderung aus Lieferungen und Leistungen entsteht. Also dementsprechend brauchen wir eben genau diese drei Konten und überlegen wir uns dann auch noch, um welche Kontoarten es sich handelt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden wir auf der Aktivseite einer Bilanz, also im Umlaufvermögen. Und dementsprechend handelt es sich beim Konto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um ein aktives Bestandskonto bzw. ein Aktivkonto. Die Umsatzerlöse finden wir nicht in der Bilanz, sind aber sehr wohl erfolgsrelevant und dementsprechend finden wir das Konto dann in unserer Gewinn- und Verlustrechnung wieder, weshalb es sich hierbei eben um ein Ertragskonto handelt. Um welche Kontoarte es sich bei der Umsatzsteuer handelt, müssen wir uns keine größeren Gedanken machen, da wir ja wissen, dass die Vorsteuer, sofern keine Korrektur, immer im Soll verbucht wird und die Umsatzsteuer, sofern keine Korrektur, immer im Haben verbucht wird. Und dementsprechend können wir dann auch hier jetzt schon weitergehen zum nächsten Schritt. Wir müssen uns überlegen, werden die Kunden mehr oder weniger? Wie eingangs schon kurz erwähnt, verkaufen wir ja auf Ziel, das heißt die Kunden schulden uns den Rechnungsbetrag. Und dementsprechend werden die Schulden, also die Forderungen gegenüber den Kunden mehr. Dementsprechend haben wir eben hier Forderungen aus Lieferungen, Leistungen, eine Vermehrung. Genauso haben wir auch was verkauft, das heißt wir haben einen Umsatz generiert und dementsprechend wird das Umsatzerlös-Konto auch mehr. Und zu guter Letzt wird natürlich auch noch die Umsatzsteuer mehr. Und wenn wir uns jetzt auch noch überlegen, was bedeutet diese Vermehrung, beziehungsweise diese Verminderung für die Seite, auf der wir buchen, also ob wir im Soll oder im Haben buchen müssen, so wissen wir, dass Aktivkonten, also eine Vermehrung eines Aktivkontos immer im Soll gebucht wird und eine Vermehrung eines Ertragskontos immer im Haben gebucht wird. Und dementsprechend lautet der Buchungssatz dann Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Umsatzerlöse und Umsatzsteuer. Aber um den Buchungssatz jetzt abschließen zu können, benötigen wir zuerst noch die Beträge dazu. Und hier haben wir eine Besonderheit dabei. Der Kunde bekommt 3% Mengenrabatt. Und jetzt müssen wir in der Buchhaltung etwas aufpassen, um welche Art eines Rabattes es sich handelt. Also handelt es sich um einen Rabatt, der sofort abgezogen wird, also sofort bei Rechnungslegung, wie wir es in diesem Fall haben. Oder handelt es sich um einen nachträglich gewährten Rabatt, also um einen nachträglichen Preisnachlass. Weil hier gibt es so eine unterschiedliche Verbuchung des Ursprünglichen, also des Ausgangsbuchungssatzes. In diesem Fall haben wir einen sofort wirksamen oder einen sofort gewährten Mengenrabatt in Höhe von 3%. Und dementsprechend können wir den auch gleich berücksichtigen, weil dieser auch gleich bei der Rechnungslegung berücksichtigt wird. Und wenn wir uns das jetzt ausrechnen, so haben wir, oder können wir den jetzt ganz einfach ausrechnen. Wichtig ist, der Rabatt wird immer vom Nettopreis ausgerechnet. Und dementsprechend können wir 5000 mal 3, weil wir haben ja 3% Mengenrabatt, dividiert durch 100. Und so kommen wir auf einen Mengenrabatt von 150 Euro für diesen Kunden. Und wenn wir jetzt diese 150 dann noch abziehen von dem Nettobetrag, also vom wahren Wert, dann kommen wir auf einen Nettorechnungsbetrag von 4850. Und wenn wir diesen Wert, oder wenn Sie jetzt diesen Wert ermittelt haben, können Sie auch die Steuer ermitteln. Und hier habe ich Ihnen wieder sowohl ein Beispiel oder die Berechnung sowohl für Deutschland als auch für Österreich vorbereitet. In Deutschland haben wir die 19% Umsatzsteuer und in Österreich die 20%. Und wenn wir dann eben rechnen, 4850, also den Nettobetrag, mal 19, beziehungsweise mal 20 durch 100, so kommen wir auf eine Umsatzsteuer von 921,50 in Deutschland, beziehungsweise 970 in Österreich. Und wenn wir diese Umsatzsteuer jetzt noch zum Nettobetrag von 4850 dazu zählen, so kommen wir auf einen Bruttobetrag in Deutschland von 5771,50, beziehungsweise von 5820 in Österreich. Ja, und somit haben wir auch den vollständigen Buchungssatz schon hier jetzt am Beispiel Österreich dargestellt. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 5820 an Umsatzerlöse 4850 und Umsatzsteuer 970. Und wenn wir uns das Ganze jetzt noch abschließend in den T-Kanten ansehen, so sehen wir, dass wir bei den Forderungen im Soll jetzt 5820 eingebucht haben und die Gegenkonten sind die Umsatzerlöse, beziehungsweise die Umsatzsteuer. Bei dem Konto Umsatzerlöse haben wir als Gegenkonto die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit dem Nettobetrag, also mit 4850. Und bei der Umsatzsteuer haben wir ebenfalls das Gegenkonto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einem Betrag von 970 Euro. Vielen Dank. Vielen Dank.